jo leute was geht auf heute kommt zu einem neuen video hier auf diesem kanal zusammen wieder mit karim wie auch in den letzten beiden micro badwoss runden wir zocken jetzt micro badwoss aber du ja leute wenn es wenn euch das video gefällt lasst gerne ein like und ein abo da aktiviert den glock um nichts mehr zu verpassen und wir sagen natürlich wieder gewinnen wir haben beiden runden die wir aufgenommen haben in beiden solorunden haben wir krass reingeschissen und ja ich hoffe einfach dass diese runde besser wird diese zwei runden die wc aufnehmen und ich würde sagen wir starten rein jetzt gehen wir am besten vor ich würde am besten sagen so gleiches solo gameplay nach wie früher immer du bett und ich mache dir baus glaube ich glaube das muss ich weg machen egal wobei das wort ist nicht schlimm auf youtube das ist nicht verboten was sklave das wort das ist nicht verboten wenn man so bahn big mac bann ihn weg ja aber das wort hatte ich ja schon mal in zwei anderen videos und von daher und das ja nie was passiert youtube könnt ihr auch denken dass wir über eine geschichte darüber reden ja eben ich glaube ich bin tot warte ich baukopf block unter der ob dann bist du tot grün kommt auch rüber übrigens ich habe schon holzbett ich merke gerade unsere welt ist eingebaut und von hinten kommt einer ja rot 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 ich glaube diese tier ok die sind nicht hier nahe die kommen die kommen eben zu den dias rüber glaube ich an die das da wo sind die ich bin tot bei dir grün kommt jetzt grün ist da gewesen bin tot ich habe den einen grün geholt ja ich bin tot ja die runde ging schnell wir machen doch bestimmt noch jeden noch zwei runden nächste runde wieder starten rein mit gelb jetzt und jetzt machen wir gehen wieder vor wie gerade eben na ich glaube wir sollten einfach direkt erst beide am besten irgendwie aus bett gehen da mache ich die wolle du machst das holz wenn du willst ja ich will end stone direkt in stone und dann holz und ja wieder in stone dann wieder holz so richtig ekel auf ich warte mal eben schon bis ich die bis ich das eisen zurecht was das ist was kurz identifizieren wo wir wo wer ist also neben uns ist auch grün kommt und das ist daher dann kommt die so schnell über das ist scheiße ich brauche noch ein eisen hier was muss ich was sollst du dir haupt 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 ja min ja kaum um das problem ist ja keine glücke ok das rote bett ist weg scheint kommt auch noch zu uns und zu dir über die dias ich gehe rein ich gehe einfach rein ich glaube die haben den ganz nah kommen wir gehen ja tt bringt den halt überhaupt nicht doch deines runter geflogen das beide gut egal gott bräuchte ich war aus bett geht ich glaube wenn man gepusht ich glaube auch naja wobei teilen kommt nicht rüber nicht grün kommt aber wieder rüber ist am besten was machen wir also golden apple ich hab jetzt welche ja diesen bei uns diesen baum glaube ich deswegen stehe ich mich hinten in die ecke wir dürfen wir dürfen nicht ins lieben wir einmal es liegen offen sind gehegt aber wir sehen die jahre glaube ich müssten geht ja der eines da oben ich glaube der geht jetzt das unten ist das alleine aber na ich jetzt das alleine kommst du einfach hierhin kommst du hierhin kommst du hierhin trau dich trau dich ja er ist weg er ist weg er ist weg der andere grün ist drüben ok gut schnell 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 ich weiß aber diesmal anders ja und apple wiederholen golden apple wiederholen blöcke wiederholen gut aber warte ich kann die dich vom ich diesmal nach hinten hinten im August stimmt wir brauchen die einfach so block und dann kommen auf die Kunde und da müssen ich einzig in die ersten japan ab ich bin er muss eben darüber springen hatte er es um das um das oben ja er hat mich er hat mich auch nächste runde so und jetzt müssen wir irgendwie besser vor aber aber wir sind ja gut vorgegangen aber die kommen uns ja immer schnell die kommen uns halt immer direkt pushen und das ist halt doch das was ich immer abfragen will vermeiden dass die so schnell an uns drankommen vielleicht sollten wir auch mal als erstes pushen gehen ich weiß es nicht aber rot kommt was bei mir kommt dieser windows sound also rot geht aber so den diasner ja das kann mir ja erst mal noch egal sein ich will jetzt erst mal kurz aber das alleine rot rot das war ich alleine der roten zu zweit gehen zu zweit rüber das heißt die wollen wahrscheinlich auch pushen kommt und auch ich gehe auch direkt wieder auf eisen ja kacke ich habe kein endstone nimm einfach ein bisschen eisen kommen die ok nie die gehen direkt zu den emeralds ja ok sollen sie machen sollen sie machen das ist mir egal dann haben wir wenn wir die töten nämlich haben wir einen besseren weg dahin zu gehen zu den emeralds ich brauche wieder welche also alles ist easy ich weiß ich willst du jetzt noch eine holzschicht drum machen ich mag glaube ich noch eine holzschicht drum und danach kommen will wir können einfach so weit wir noch können am besten warte ich schau mal was es hier noch für blöcke geben hast du ein bisschen gold für mich ich habe tatsächlich 14 aber ich muss sparen weil ich was wollen wird hast wenigstens noch zwei stück für mich ich brauche oder ein einziges ich brauche 19 das ist das problem und ich habe erst 16 guckt auf niemand sonst burscht ja niemals und ich glaube die wollen er also auf emeralds die aus und abwärts und sowas bestimmt geben die tools tatsächlich am besten so auch und auch dass wir beide gemacht darum dann noch eine dinge müssen gleich eine holzschicht drum und das und dazu dann noch dann ist auch eine okay gut da ich mache jetzt eine holzschicht hier drum rot rot nee die machen nichts ich mache darum ist ein holzschicht und darüber noch eine noch eine wolle ok ja ok das ist ekelhaft die wolle machen dann brauchen die aber dann eine gute spitzhacke eisen glaube ich weiß gar nicht ich glaube ich glaube es geht sogar schon mit der normalen auch noch mal ein bisschen holz der gold meint ich vier stück ja auch noch ein bisschen schiller weil er er gibt es wird er kennt wird wir sehen ebene leute und bruschen kommt ja wir sehen da die rau so dies liegen dann sie ist nicht wird das recht kommen noch ein gold fehlt mir mir fehlt jetzt auch eine reise aber das habe ich jetzt ich mache aber noch mal ein eisen will ich mir mal ein feuerball dann hole ich mir noch holz ich habe auch direkt spitzer konsumt gekauft spitzer kommt ja wegen kummer hier siehst du grün die haben ist grün noch drin ja grün die haben direkt auch endstorm benutzt das heißt wir brauchen auch sprengstoff am besten hatte ich mache uns schon mal die bolle schicht am besten noch nicht wie sonst kann ich nicht mehr so richtig klar ist doch hier nur noch hier das wollte ich mir schauen als perfekt hier kann ich nur so bauen da unten ist die vielleicht ich kann ja auch nicht abbauen aber egal ist auch egal oder sonst war ich erst mal du da schon mal die bolle hin wo du auch holz und fast pushen wer kommt nach oben oh mein gott der ist aber runtergefallen ich habe zum glück ein feuerball ey ach du hast ein ich habe ein ich habe jetzt sogar noch aber nicht um jetzt noch blöcke lieber ich habe jetzt drei stacks blöcke muss ein bisschen inventar ordnen dass ich das immer wenn ich so ja der kommt wieder der kommt wieder echt ja der ist wieder hier ich habe feuerball auf die mit anderen feuerball weil rot kommen wollte dahin der tnt der tnt ich habe es gesehen das hat schon klatschen klatschen haben ja hab ihn hab ihn es weiß sein team ich kommt jetzt direkt noch mal den ganz noch mal ein paar ein gold apple willst du brauchst und gold apple ich habe sie mich erst mal nicht mir geht es jetzt kommt natürlich erst mal um die blöcke hier sich auch sicher nimmer ein ja so zunote schon jetzt in bogen habt ihr eingegeben 424 gold grün kommt wieder grün kommt vielleicht das heißt ich will hast du eisen für mich aus schneisen für mich ich möchte natürlich auch um feuerball aber egal was ich brauchst du mir fehlen noch zehn wir fehlen jetzt wir fehlen jetzt noch ein bisschen gold damit ich mir auf ein ja die sind wieder da diese bitte da scheiße schlau von dem schlau von dem ja hier nehmen ein eisen nehmen ganz eisen ich brauche alles nicht ja aber für feuerball älter ist hier das hier mein gott der ist auch egal so schlecht die andere kommt feuerball versuch durchzuhalten ich höre mich schnell feuerball ja das problem ist ja nur noch vier feine ein einziger noch ob er das hier oben das hier oben das hier oben ich glaube ich komme außen rum ja der hat noch mal tnt der eine ist wieder daumen der andere ist aber immer noch oben ich hab dir nicht getroffen egal das hier unten bleiben lass hier unten da kommt er kommt glaube ich noch mal schnell gold apple gold brossengold apple ja ich gebe dir zwei stück lasst ihn lasst den einfach nach dem wir brauchen uns hier einkommen ich habe mir noch mal feile und feuerball geholt er ist hier mehr gold apple gönnt hatte dass ihn dass ich mir reinkommen hat gegeben davon ja auch noch ein ich brauche noch einen golden apple wird jetzt hier aufbauen wahrscheinlich hat es schwer ja sein bett ist weg sein bett ist weg sein bett ist weg er ist alleine erst alleine wenn wir den holen nach hoffen nach hoffen nach hoffen nach hoffen und apple gold apple macht hier unten auf hier er rennt er rennt er ist da oben ja okay lasst ihn lassen 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 genau lasst den rennen ja ich habe mir auch noch ein feuerball dazu habe ich noch habe ich noch gold ja ich habe uns wieder unsere base wieder unsere base oder was richtig fett jetzt weil jetzt haben wir noch noch kurz zeit ja so lange ich hast du hast du eisen was 64 39 hier ich brauche als 120 ja gelb ist weg ich habe noch neun dingen sich um mir noch mal die habe ich oder ich habe mir auch doch ein gelb ist komplett weg teilen ist der einzige bett noch und grau dahinten ist grün ist dahinten bei seiner base hast zwei gold für mich die restlichen drei gold und bogen habe ich auch ein feuerball habe ich grün kommt jemand kommt uns posten kommt es wieder fast runter gefallen eisen 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 notwendig habe ihn einmal habe ihn noch mal habe ihn getroffen wir brauchen noch eisen ich habe 26 eisen nächsten 30 eisen ich würde sagen weg hier weg hier weg hier weg hier ja hier sind wir nicht mehr sicher wo bist du unser bett ist eh weg deswegen wo wo hier hinten steht grün komm rein komm rein komm rein komm rein komm rein und meine ich habe ihn geboren komm rein und auch kein bett mehr hab ihn gewonnen ich hole ihn ich hole ihn ich hole ihn ich hole ihn hier ist jetzt vorne ja der will mich da 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 will mich ja ich bin doch ich bin am fall schaden verreckt hast du hast du hast du hast du welchen was ich machen soll bringt doch nichts hat sich hinter der insel so ein bisschen versteckt kurz ab kurz schnaufen kann ich irgendwie sowas hier kann ich kann ich da hin kannst du aufpassen dass er jetzt nicht kommt ja okay digga wie viel hast du denn der ein hier ist noch ein weißer ist das glaube ich ist es weiß die grau grau ist jetzt auch hier aber der slow der slow der slow der ist echt low ja der faltet jetzt mit grün grünes raun grünes raus du kannst halt jetzt rein der war der hat 4 hp ja aber das problem ist grau hat noch ein bett teiern auch jetzt kurz 10 golden apple gekauft das problem ist die beiden letzten haben halt noch eine bette das sagt man kommt die gerade moment nicht aber die haben auch einen etwas weiteren weg also ich habe ich habe ich habe drei dinge 3 ich schaue mal ganz kurz muss ich glaube ich weg ich muss hier weg also teiern ist dort teiern ist gerade in seiner base die channel der base bauen immer eine haben noch ein grau wo es grau grau ist hier grau chillt auch noch bei sich in der base euch hier drin bleiben wir sind einer davon der eine ist jetzt in der mitte man sich soll hier bleiben kannst du ich weiß nicht ob du das willst glaube ich glaube auch mehr raum geht zu tja ja okay das ist gut das gut zusammen kann ich raus runtergefallen der andere graue gibt jetzt ich glaube wieder zu uns ich kann mir noch mal ein paar er ist auch runtergefallen so ein paar pfeile noch dann ist ja du kannst jetzt es wird schön diese beide runtergefallen was diese folge ist so lang und die 20 minuten ist ja okay die kämpfen die kämpfen jetzt in der mitte der andere grau kommt jetzt wahrscheinlich noch dazu ich muss aufpassen dass die anderen alle nicht kommen das wird so schwer ich schätze mal der wird jetzt einkaufen gehen und wird dann zu dir wahrscheinlich dann zu mir und mir feuer mich mit keine ahnung was der andere grau chillt aber noch in der er ist geht jetzt raus ich mache mir aber trotzdem schon mal ein Weg hier dass ich hier schon in der steht aber immer noch in der grünen der ist der andere traur dann auch dass niemand zurückkommt er steht direkt ein scheierendes Tod er traurig wieder nehmen zu der trifft sich da jetzt mit seinen Kollegen ich habe jetzt zu mir ja der eine kommt wieder hierüber sonst ja musste ich aber erstmal hier hochbauen du hast noch ein bisschen wo wir da jetzt hier sind der ist oben drauf 14.HP ja die hä hä ja die hatten aber auch glaube ich die erschwert ne hatten die nicht okay das war's glaube ich ich würde sagen das war's mit dieser Folge wenn euch die Folge gefallen hat die ist etwas länger geworden aber aber auch spannend ja dafür auch spannend Leute ich würde sagen wenn euch die Folge gefallen hat lasst gerne ein Like und ein Abo oder schaut gerne bei Karin vorbei wie gesagt und haut rein bis zum nächsten Mal bis dann tschüssi 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 Vielen Dank.